Ich hoffe das sieht gut aus so. Ähm, ja. Wir spielen Bridge Project. Warum nicht? Warum nicht? Sieht das gut aus im Stream? Ich hoffe doch. Ja, das sieht gut aus. Neues Spiel. Name ist Eingabe. Wir spielen als Len. Und bauen Brücken. Es existiert bereits... Oh, okay. Len 16. Startespiel. Oh Gott, wo starten wir? Wales gegen Nordirland. Stimmt, das läuft gerade. World of Tanks. Habe ich schon mal gespielt. Nicht vermeint. So. Ich glaube wir starten mal bei den Schluchten. Warum nicht, ne? Warum nicht? Schluchten. Nummer 1. 15 Meter. Wir bauen jetzt Brücken. Wir bauen jetzt Brücken. Werde ich bald mal wieder... Minecraft let's playen. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ähm. Holz. Wir haben Holz. Wie ging das jetzt nochmal? Kamera. Ah, so ging das. Das ist aber blöd. Löschen. 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 Wie kann ich jetzt... gescheit löschen? Hä, wie kann ich jetzt das Holz löschen? Ähm. Ähm. Okay. Rückgängig. Wuuu. Okay, so weit zurück geht's nicht. Dann starten wir doch einfach neu. Löschen. Na also. Geht doch. Ähm. Bauoptionen. Autofahrbahn. Autofahrbahn. Huch. Ich will doch eine Autofahrbahn bauen, oder? Äh. So. Ah, doch. Verdammt. Hehe. Äh. Ich blick hier nicht durch. Jo. Zack. So. Five Nights at Freddy's werde ich nicht spielen. Das ist langweilig. Aber ich rede doch. Ich weiß, heute ist nicht ungewöhnlich. Unbedingt der beste Streamtag. Wie gesagt, ich hab keine Ahnung, was ich streamen soll. Ähm. Von da unten bauen wir natürlich strebender hoch. So. Haltet. Haltet es aus. Mal schauen. Drei Autos kommen jetzt zuerst. Hehe. Drei Autos. Uh, sie fahren gleichzeitig drüber. Alles easy. Alles geklappt. Äh. Jetzt kommt ein Bus. Jetzt kommt ein Bus. So. Viel zu rot. Jetzt kommen nochmal fünf Autos. Uh oh. Ich glaub, das wird nicht gut enden. Okay. Autos hält's aus. Autos hält's aus. Easy. Wann mach ich mal Facecam? Irgendwann vielleicht. Aber nicht heute. Glückwunsch. Wir haben es geschafft. Yay. Wir haben die erste Brücke gebaut. Schokolade oder Chips? Äh. Lieber Schokolade. Lieber Schokolade. Äh. Ja. Grüße. Gabriel. Hi. Witcher 3 mal zocken. Ähm. Ich hab's aber... Ich zock's auch. Aber... Ich stream's nicht. Ich hab Assassin's Creed 3 gemacht. Ja. Gibt's ein Let's Play von mir. So. Äh. Nächstes Level. Schlucht Nummer 2. Oh. Ein Panzer fährt da drüber. Aber wir haben Eisen. Das ist gut. Wir haben Eisen. Wir fangen... Wie viel Eisen haben wir denn? 150 Meter. Ich würd mal sagen, dann machen wir mal die Straße aus Eisen, oder? Vielleicht ist das aber zu schwer. Ich weiß es nicht. Oh. Wir haben nur da unten den Punkt und da oben den Punkt. Okay. Okay. Dann machen wir doch sowas. Ah. Wir haben kein Eisen mehr dafür. Dann nehmen wir Holz. Wir haben noch 2 Meter Eisen, aber das ist zu wenig. Holz. 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 Ganz viel Holz verbauen hier. Eine schön klassische Brücke hier hinbauen. Und oben natürlich noch alles verbinden, weil wir haben hier so viel Holz. Holz. Wir haben so viel Holz. So viel Holz haben wir. So. Irgendwas mit einer Story. Wie gesagt, ich will heute eigentlich nichts machen mit einer Story. Ich will heute nichts neues anfangen. Mit einer Story. Da muss ich mir erstmal richtig überlegen, was ich da mache, wenn ich eine Story anfange. Ähm. Geht das? Geht nicht. Okay. Ähm. Kann man irgendwie einen Punkt anbringen? Ich weiß nicht. Auswählen. Achso. Duplizieren. Ne. Nichts auswählen. Okay. Äh. Probieren wir es mal. Äh. Okay. Das kracht gleich alles. Oh nein. Es hat sich beruhigt. Sehr schön. Ah. 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 Polybridge habe ich glaube ich nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht habe ich auch Polybridge. Bin mir gerade nicht sicher. So. Oh. Bisse. Bisse. Oh mein Gott. Ah. Hält's aus und jetzt kommt der Panzer. Jetzt kommt der Panzer. 30 Tonnen. Hält das unsere Brücke aus? Easy. Easy. Ich bin der Brückenmeister. Hahahaha. Brücke vielmann. Hallo Neoratte. Willkommen. Hahahaha. Mein Lieblings Star Wars Charakter ist Obi-Wan. Mein Lieblings Film. Ich habe nicht unbedingt einen Lieblings Film. Es gibt viele Filme die ich gerne mag. Ark habe ich auch. Microsoft Flight Simulator habe ich auch. Aber nicht installiert. Und das wird jetzt lange dauern zum installieren. Beziehungsweise zum runterladen. Ich muss es ja davor noch runterladen. So. Tjokr. Weiß ich nicht was es ist. Tut mir leid. So. Mehr Schluchten. Ein bisschen mehr Schluchten. So. Spielstart. Wir haben 600 Meter Eisen und 200 Meter Stahl. Ich würde sagen wir bauen die Strecke nicht aus Stahl. Vor allem haben wir hier. Keine Möglichkeit das ganze von unten zu sichern. Jetzt wechseln wir zum Stahl. Den wir hier anbringen. Machen wir wieder dieses wunderschöne Zickzack Muster. Bis hier hin. Mal schauen ob das noch für die Konstruktionen hier reicht. Ja wir haben genug Stahl mitgebracht. Ja. Arc spielen habe ich auch nicht runtergeladen. Müsste ich auch erstmal runterladen. Und ich bin nicht der Arc Fan. Ja. Spiel ich noch Star Wars? Heute nicht? Ne. Heute nicht. So. Und das andere wird einfach aus Eisen gemacht. So. Und oben noch alles verbinden. Ganz langweilige Brücke. Aber wir müssen ja nur schaffen dass es drüber geht. Auf was sitze ich? Ich sitze auf einem Stuhl. Und ich glaube die Brücke bricht gleich zusammen. Also ich sitze auf einem wunderschönen Bürostuhl. Ja. In Unterhosen. Falls ihr das wissen wolltet. Daniel. Grüße an dich. Mein Lieblingsspiel. Ich habe kein wirkliches Lieblingsspiel. Ich habe Spiele die ich gerne mag. Habe ich Batman geschaut? Ja. Habe ich. Willkommen Adriana. Willkommen. Iron Man oder Superman. Iron Man. Huuu. 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 Und Overwatch spiele ich zur Zeit sehr, sehr gerne, aber das kann ich halt nicht streamen. Mei. Was haben wir denn hier? Wir haben Eisen und Kabel. Wie machen wir das denn am besten? Wir haben in der Mitte keinen Pfeiler. Ah, Eisen kann man sehr schön, sehr weit... Ah, zurück. Das will ich nicht. So. Hier hin, da hin. Warum auch immer da hinten ein Hubschrauber ist. Oh, wir haben da unten auch. Sehr gut. Uh, es geht ja bis dahin. Nice. Und wenn ich das so baue... Ne, das macht nur mehr Gewicht. Ha. Ich könnte das so bauen. Warte, ich könnte rückgängig machen. So. Und so. Dann hier auch nochmal hin. Dann haben wir das hier nämlich hier schön verankert. Dann könnte man hier sogar... So ein schönes Teil bauen. So ein Teil. Ähm... Es ist jetzt... Ich hab eine Brille, ja. Aber ich trag sie nie. Return of Arkham. Ich hab keine Ahnung, wo es ist. Wann hab ich mir Star Wars 7 gekauft? Am ersten Tag, wo es raus war. Mag ich Harry Potter? Ja, ich mag Harry Potter. Harry Potter find ich super. So, Grüße an... Anas, am Babas, Anas. Guter Name. Ähm... So. Also, ich probier hier grad ziemlich wild rum. Also... Das ist jetzt nur ein erster Entwurf, der einfach... Irgendwie komplett... Der bricht wahrscheinlich schon so zusammen. Die Seile sind aber nicht sehr straff. Die Seile sind nicht wirklich straff. Es hält. Es hält. Also, die Auto hält's aus. Jetzt kommen zwei Panzer auf einmal. Dann müsst ihr mir die Daumen drücken, auf jeden Fall. Äh. So. Bus. Achso, die zwei Panzer kommen als letztes Jahr. Äh. Uh, 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 uh. Die Panzer, bitte. Die Panzer. Panzer, Panzer, Panzer. Prison Break hab ich nicht. Äh. Äh. Okay. Wirklich gescheitert. Schade. Ah. Du hast mich in Overwatch gesehen. Zweimal. Hehe. Nice. Ja, ich spiel's ja auch häufig. So. Ähm. Yeah. Ähm. Brücke editieren. Hehe. Äh. Das ist auf jeden Fall der, der Schwachpunkt dieser Brücke. Das hier. Wie machen wir das besser? Da hab ich sogar ne Idee. Bauen wir hier nämlich nochmal ein bisschen Eisen hoch. Und benutzen da ein bisschen Kabel. Um das hier auch noch abzusichern. Mal sehen, ob da schon ausreicht. Ähm. Nevermind. Hehe. Nevermind. Das war Schwachsinn. So. Man kann nur hoffen. Man kann nur hoffen. Ich hab keine Wii. Ne. Ich hab keine Wii. Grüße, Fabio. Welche Assassine ist mir am unsympathischsten? Das müsste wohl Connor sein. Ja. Busse. Easy. Easy. Die Panzer sind das Schwierige. Die Panzer sind das Schwierige. Prison Break kenne ich. Hab ich aber selber nicht. Oh. 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 Solange es hält. Solange es hält. Jawoll. Ich hab keine Xbox One. Und ich hab eine GTX 67 Grafikkarte von Nvidia. Bitte nicht so viele Smileys und Emojis. Dankeschön. Deadpool ist richtig geil. Ähm. Ja. Wir haben es geschafft. So. Schlucht Nummer 5. So schnell geht das. Wie finde ich Bespin? Ähm. Ziemlich in Ordnung. Was heißt hier Vogel? Hä? Okay. Okay. Wir haben hier ziemlich viel Material, mit dem wir arbeiten können. Okay. Ich glaube, ich hab schon eine Idee, was man machen kann. Auf jeden Fall machen wir hier mal die Strecke. Sichern die natürlich so ab. Und dann bei mir. Das in der Mitte ist natürlich das, das, äh, was hier durchhängt. Deswegen. Probieren wir das nämlich mal so. Huch. Ach, da in der Mitte kann ich nicht festhalten. Und wir probieren es mit einer Seilkonstruktion. Aber dazu müsste man natürlich. Huch. So. So. Machen wir das so. Dann kann nämlich hier. Huch. Kann hier nicht durch. Sicher nicht. Ist zu lang. Dann halt so. Ich will das einfach nur fest haben, da. Aber ich benutze so viel Eisen. Ich könnte mehr Stahl benutzen. Magok, servus. Willkommen. So. Was genau spiele ich da? Es ist Bridge Project und ich baue Brücken. Kommt irgendwann auch was schweres als Panzer. Ich erinnere mich gerade nicht genau dran. Aber ich glaube, ja. Also diese Runde kommt irgendwie was mit einem Hahn. Aber ich kann ja... Ups. Ne, das ist falsch. Das ist falsch, was ich da baue. Das muss nämlich so hoch. Und das kommt da hin. Und da hin. Und jetzt benutzen wir unsere Kabel. Einmal nach da. Einmal nach da. Und beten. Das sieht nicht so gut aus. Jetzt kommen mal die Busse. Die Busse hält es schon mal aus. Das ist schon mal... Hui. So. Mach ich an meinem Geburtstag ein Let's Play oder Livestream? Nein, da feier ich. Ein Panzer wenigstens. Schade. Wisst ihr was? Und... Plopp. Weg ist die Brücke. Das müssen wir uns nochmal überdenken hier. Spiel ich später noch Star Wars Battlefront? Nein. Ich kann leider nicht online spielen mit meinem Stream. In meinem Stream. Was für Spiele habe ich? Ich habe verdammt viele Spiele. Nur momentan nicht installiert. Du davor hast das gerade meine Steam-Bibliothek, Max. Aber gar nicht mal so dumm vielleicht. So. Ich schaue mal. Vielleicht können wir jetzt... Straße aus Stahl bauen, die ein bisschen nach oben geht. Stahl ausgewählt. Okay. Man kann keine Straße bauen, die nach oben geht. Aber wir bauen mal eine Stahl... Straße. Mit Eisen... verbunden. Komm. Ich gehe mal die klassische Route. Ähm... Ha. Äh... So, das ist jetzt einfach nur mal absoluter Prototyp. Ich schätze mal, der in der Mitte wird komplett durchhängen. Oh, okay, und das kippt direkt. Natürlich. Vier schwere Busse, das ist gleich weg. Äh, ja. Nightmare, grüß an dich. So, ähm, wie viel kostet O-Watch? Ich glaube 50 Euro für den PC. Ich weiß, dass da aus Teil 8 gedreht wird, ja. Oh, die Panzer, sie rollen wieder. Alle vier gleichzeitig. Aber ein Panzer hat es drüber geschafft. Ein Panzer hat es diesmal drüber geschafft. Werde ich Formel 1 2016 machen? Mh, nein. Werde ich nicht. Okay, das wird nie im Leben funktionieren. Das wird nie im Leben funktionieren. So, ähm. Ja, freue ich mich auf Lego Star Wars 7? Ja, schon irgendwie. Schon irgendwie. Äh, Gizmo und Tschutschi. Grüße an eure Katzen. Ah, so, ähm. Blub, blub, blub. Wie baue ich das jetzt am besten? Hm. Ja, okay, komm. Ich kann eigentlich wieder alles weghauen. Weg. Äh, Akai. Grüße an dich. Und auch Mark. Grüße an dich. Da, da, da. Ähm. Ich hab ne Idee. Ich hab sogar ne ziemlich gute Idee grad. Huh. Dass ich da nicht davor drauf gekommen bin. Und zwar wollen wir das jetzt hier so hoch. Und hier. So hoch. Dann befestigen wir das natürlich. Hier. Das hier. Äh, Kabel. Äh. Entschuldigung. Kabel hier hin. Kabel dahin. Das ist in der Mitte. Ist halt immer noch ziemlich durchhängen. Ah. Wie viel kosten die PS3 oder PS4? Ah. Ich glaub die PS3 um die 200. Die PS4 um die 300 momentan. Bin mir aber grad nicht sicher. Einstein, Lily und Emma. Grüße an euch. Miau. Ja, meine Brücken brauchen ein Schild mit. Befahren auf eigene Gefahr. Das stimmt. Ah. So, äh. Find ich die dunkle oder helle Seite besser in Star Wars? Ähm. Beides ist gut. Irgendwie. Nein, nicht. Also die helle Seite ist besser. Aber die helle Seite ist ja nicht gleichzeitig die Seite der Jedi. Ich find die helle Seite um Welten besser. Um Welten. Oh, es sieht doch ziemlich stabil aus, oder? Alles im grünen Bereich momentan. Materialstressanzeige. Naja. Uah. Das sieht immer nur böse aus, wenn's da rot wird. Ich probier... Ich hab vergessen hier noch Streben hinzubauen, aber vielleicht ist es gar nicht mal so dumm. So. Äh. Lion, grüß an dich. Ah. Komm. Äh. Wann mach ich wieder Videos mit dem Drachenburschen? Ich mach ständig Videos mit dem Drachenburschen. Ständig. Immer und die ganze Zeit. Ähm. Wie viel Kabel hab ich noch? 58 Meter? Jetzt hab ich noch 20 Meter. Das ist zu wenig, um da rüber zu kommen. Probier'mas mal so. Okay. Das sieht nicht so gesund aus. Schau'n wir mal, schau'n wir mal. Schau'n wir mal. Die Busse passen drüber. Äh. Welchen Film würd ich... Äh. Welches Spiel würd ich mir als Film wünschen? Ah. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. The Last of Us. Da war ja mal ein Gespräch, aber ist dann nicht gekommen. Und jetzt macht's Klock. Ha. Es macht kein Klock. Äh. Jawoll. Die Panzer. Geschafft. So. Und jetzt schauen wir mal. Windsturm. Windsturm. Das hat mir keiner gesagt. Windsturm. Unfair. Unfair. Hallo. TNT. Grüße. Wer ist mein Lieblingsjoker? Äh. Heath Ledger. Aber ich hab ja den neuen noch nicht gesehen. Unfair. Fünf schwere Busse. Toll. Bitte, 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 bitte. Yes. Die Brücke sieht so im Arsch aus, aber es sind alle drübergekommen. Das ist das, was zählt, Leute. Das ist das, was zählt. Okay. Schluchten 6. Schluchten 6. Welchen Fußballverein mag ich? FC Bayern München. Wird in diesem Spiel auch die Schwingung rücksichtigt genommen? Äh, ich glaube schon, dieses Spiel ist ziemlich einfach. Ich weiß nicht, ob darauf Rücksicht genommen wird. So. Gravity Falls hab ich mir noch nicht angesehen, ne. Aber was haben wir denn hier alles? 150 Meter Kabel. 400 Meter Stahl. Oh, damit kommen wir nicht ganz rüber. Das ist blöd, blöd. Dann machen wir nämlich hier. Hier und so. Wie viel haben wir noch? 219 Meter Stahl. Dann kommen wir auf jeden Fall bis hier hin. Das sieht jetzt vielleicht nicht so praktabel aus. Warte, ich will mal sehen, was kommt denn eigentlich? 4 Busse, ein Zug, ein Erdbeben. Zweimal. 2 Erdbeben, willst du mich verarschen? Oh. So, ich mach jetzt einfach nur, wie stabil das jetzt schon ist. Ich werd da noch ziemlich viele Kabel reinbauen, wahrscheinlich. Wildlife Park 3 hab ich leider nicht runtergeladen momentan. Tieftar, ne, weiß ich nicht mehr, sorry. Welchen Star Wars Teil find ich cool? Ich find Empire Strikes Back gut. Also, Episode 5. Warcraft The Beginning hab ich schon gesehen, ja. Hat mir gefallen. Durchaus gefallen, ja. So, ähm, wie immer, haben wir ein Eisen. Hoch, Eisen und, ähm, so. Eisen hoch und so. Wie viel Kabel haben wir denn? 150 Meter Kabel. Wie viel Meter sind das? Okay, 40 Meter. Das heißt, wir haben ein bisschen, wir haben ein bisschen Spielraum hier. Ah, kacke, das wird nicht reichen. Ja. So. Das wird reichen. Hm, ob das natürlich auch stabil ist oder nicht, sehen wir, wenn das Bus drüber fährt. Äh, ich weiß nicht, mit welcher Tastenkombination man ausweichen kann. Also, Doppelkreis drücken auf der PS4. Ja. So, äh. Bitte was? Bitte was war das? Hat der Bus den grad kaputt gefahren? Hat der Bus das grad kaputt gefahren? Ist der in die Brücke reingefahren? Willst du mich verarschen? Ach. Alter. Ich hab auf Steam nicht nur circa 400 Spiele, sondern seit gestern genau 400 Spiele. Wieso ist der da... Wieso sind da Zwischenstreben? Das check ich nicht. Da hat diese Zwischenstre... Wups. Ich will diese Zwischenstreben weghaben. Deshalb lösche ich das hier nochmal? Wieso hab ich da Zwischenstreben? Sag er mal. Und wieso auf der anderen Seite nicht? Kann mir das einer erklären? Ja, jetzt sind auch keine da. Hm. Verrückt. Äh. Kabel. Was für ein Kabelsalat? So. So, jetzt ohne die Zwischenschreben in die die Busse reinfahren können. Ah. Gott. Äh. Grüße an Pally. Stronghold Crusaders. Bin ich sogar Fan davon. Mit wem? Letzt war ich am liebsten. Mit dem Lukas und mit dem Drachenburschen. Ah. Die Busse sind locker zu schaffen. So. Äh. Was für einen Film willst du als Spiel? Oh. Das ist eine gute umgekehrte Frage, Lukas. Ähm. Gibt sicher viele, die ich als Spiel gerne haben würde. Aber so auf die. Ein gutes. Ein sehr, sehr gutes Harry Potter Spiel hätte ich mal gerne. Erdbeben. Kraul mir die Eier. Ah. Wir sind so gut. Wir sind so gut. Oh. Lennbrücken. Zertifikat. Super. Hahahaha. Äh. Oh Mann. Äh. Will ich den Bespin DLC in Star Wars Battlefront mit Drachenburschen spielen? Wir haben sogar schon, glaube ich, fast vier Stunden aufgenommen. Beim Drachenburschen kommen schon die Folgen raus. Bei mir kommen sie ab Montag, glaube ich, raus. Oder ab Dienstag. Ja, ja. Bespin ist schon da. Iron Bread habe ich leider... Oder habe ich Iron Bread installiert? Ich weiß es gerade nicht. Müss ich mal schauen, aber... Weiß nicht. Äh. Aus welchem Land kommst du? Ich komme aus Deutschland und da aus Bayern. Aus dem wunderschönen Bayern. So. Luke oder Snoke? Luke. Schlucht Nummer 7. Okay, keine Naturkatastrophen diesmal. Ah, dafür wird es schwierig genug. Danke. Oh, da unten haben wir einen Pfeiler. Immerhin. Immerhin. 500 Meter Stahl. So. Machen wir das auf jeden Fall. Wie weit kann man Stahl bauen? Nicht weit genug, leider. Dahin. Dahin. Also da können wir auf jeden Fall das hier schon mal unterstützen. Also supporten. Die Regel der 2 von Darth Bane kenne ich, ja. Ich habe Clone Wars gesehen. Da kommt ihr vor. Was haben wir denn? Wir haben ein Kabel 150 Meter. Hm. Kann man darauf ein Gerüst bauen? Ich probiere es mal. Ich baue hier immer noch mit Stahl. Also Stahl reicht auf jeden Fall aus. Ich probiere mal die Eisen hier da hinzubauen. Huch. Ach, geht nicht. Klar. Hm. Dann mache ich das hier oben. Äh. So nach unten. Hier machen wir auf jeden Fall einen großen Pfeiler. Der auch von hier oben gehalten wird. Und jetzt. Huch. Jetzt kommen da die Kabel dran. Ein Kabel. Zwei Kabel. Drei Kabel. Und wir beten wieder. So. Grüße an Eckart. Finde ich im Parade Darth Vader oder Kylo Ren am besten. Ich finde Darth Vader am besten. Ah. Komm, drei Autos schaffst du. Schaffst du. Drei Autos schaffst du. Ich glaube an dich, Brücke. Ich glaube an dich. Von Clone Wars kommt keine Staffel mehr. Da bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher. Habe ich Minecraft? Ja, habe ich. Ich habe Minecraft. Ja, danke an alle Mods. Vor allem an Light-ID, die alle Fragen von euch beantwortet, wenn ich es gerade nicht kann. Großes Dankeschön. Brava. Und auch an die Mod-Arbeit aller anderen, die sich darum kümmern, dass dieser Chat clean ist. So knapp. So knapp. So knapp. So knapp. Da unten liegt mein Lebenstraum. So eine schöne Lokomotive. Ach Gott. Nein, ich will eine andere Karte. Ich will eine andere Karte. Kartmenü. So. Gehen wir mal. Gehen wir mal städtisch, oder? Gehen wir mal kurz städtisch. So lange mache ich das auch nicht mehr. Kenne ich Smoke and Guns? Nicht wirklich. So. Von wem hat Darth Bane diese Regel? Hat er doch selber. Oder? Egal. So. Holz kann man wieder nur so ein bisschen machen. Aber dafür kann man beim Holz. Hm. Beim Holz kann man halt diese schöne Strukturen machen. Ob das schon ausreicht, weiß ich nicht. Aber ich muss ja eh. Komm, ich mache eh. Komplett hier alles. Da ist ein X, da ist ein X, da ist ein X. Und oben alles auch noch zu. So. Die ist stabil. Da dürfte nichts passieren. Oh, da fehlen zwei Träger. Da und da. Aber da dürfte er eigentlich nichts passieren. Nikolas, grüße an dich. So. Wie lange mache ich heute den Stream? Bis 20 Uhr. Und ich glaube, so in fünf Minuten oder so wechsle ich mal das Spiel. Es kann auch heute mal ein bisschen länger geben. Bis als 20 Uhr. Diese Busse müssen immer alles wegräumen. Sag er mal. Busse. Marble und Titus, grüße an euch. Maximieren. Oh, im Freibad. Schön. Ich hoffe, das Gewitter hat dich da nicht weggescheucht. Weil bei mir hat es jetzt vor einer Stunde angefangen zu gewittern. Davor schönster Sonnenschein hat es jetzt angefangen zu gewittern. So. Ich werde zum Massenmörder. Ist doch nur Brücken. So. Äh, Xenoverse 2 als Let's Play. Weiß ich noch nicht. Sehe ich dann, wenn es rauskommt. Äh, ja, ja. Städtische 2. Yay. Okay, wir haben hier Eisen. 200 Meter. Wir haben, das heißt, wir können unsere Straße mit Eisen bebauen. Puh. Wir kommen aber nicht so weit mit Eisen. Das heißt, wir müssen wieder sowas machen. Haben wir Kabel? Wir haben Kabel. Oh. So. Ne, das mache ich auch aus Eisen. Das hier mache ich auch aus Eisen. Ach, kacke. Hm. Hm, hm, hm. Ham. Ne, 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 ne. Das muss anders. Eisen. Ähm. Ob das geht. Wie viel habe ich da noch? 12 Meter. Ah, reicht nicht mehr. Kacke. Muss ich den letzten tatsächlich wegnehmen. Und dafür wieder Holz benehmen. Holz. Holz. Und dann kommen die Kabel ins Spiel. Zwei mal hier eins hin. Und da eins hin. Ach, das sieht doch stabil aus. So. Ich hoffe auch, dass ich noch lange YouTuber bleibe. Ich mache, ich mache das eigentlich ganz gerne. Nina und Wubbles. Grüße an euch Katzichen. Katzichen. Ja. So. Busse. No. Nein. Was die Schlacht von Yavin 4 war, das war der Kampf gegen den Todesstern. Das ist die Schlacht von Yavin. Das ist der Kampf gegen den Todesstern von den Rebellen, die ja bei Yavin stattgefunden hat. Wo die Rebellenbasis auf Yavin 4 war, dem Mond von Yavin. Ja. Ah, gut. Huch, komm, wir probieren jetzt noch einmal ländlich. Komm, einmal noch eine schnelle ländliche Brücke. Einmal eine schnelle ländliche Brücke. Die zaubert man einfach hin. Ah. Nicht so. Da zaubert man einfach eine ländliche Brücke hin. Und das passt dann schon. Ah, Chaos-Flu. Hi. Was ist dieses Jahr mein Lieblingsspiel? Boah. Also bis jetzt noch gar nichts. Also was dieses Jahr rausgekommen ist, ist bis jetzt noch kein Spiel, was mir wirklich als Lieblingsspiel ist. Ja, ist ja noch jung. Ist ja noch nicht mal vorbei. Äh. Ja, Lennen und die Busse. Ne, das ist... Ja, ist nicht sehr nett. Ah, ja. Bewölkt aber warm beim Lukas im Vorarlberg. Das ist schön. So. Äh. Mein Lieblings-Youtuber habe ich ja eigentlich auch nicht mehr so viel. Lennen. Grüße. An dich. So. Was haben wir hier? Wir haben mal Holz. Ganz viel Holz. Und Kabel. Das ist schön. Das heißt, wir bauen hier nochmal... Wunderschön mit Holz. Hier. Wunderschön mit Holz. Ähm. Wozu brauche ich Kabel? Glaubt mir. Baut so ein... Baut so ein Zickzack. Das hält immer. Die Zickzacks, die halten immer. Und dann oben noch zumachen. So einfach kann man Brücken bauen. Ah. Aber ich fängt es an zu regnen. Ja, bei uns hat es mittlerweile wieder aufgehört. Also es ist immer noch total dunkel. So. Mach ich GTA? Ne. Ich freue mich sehr auf LEGO Star Wars 7. So. Äh. Wie es mir geht. Mir geht es super. Mir geht es klasse. Mir geht es einwandfrei. Oh, Minecraft. Das war eigentlich eine Idee. Das müsste ich mal testen. Vielleicht könnte ich das sogar mal wirklich streamen. Entschuldigung. Aber für heute, äh. Eher nicht. Star Wars oder Drachenbursche? Gute Frage. Gute Frage. Ja. Ja. Ho. Ho. Hallo, Tanja. So. Ähm. Ja. Das ist... Gut. Dann mache ich halt noch weiter. So. Ach nee. Die war ja... Die war doch super, die Brücke, oder? Die war doch super. Ähm. Ich weiß nicht. Wir haben noch so viel Eisen, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich könnte... Ich könnte... Warte mal. Aber ich habe ja hier nicht so... Hm. Komm, machen wir mal weg den ganzen Schmarrn hier. Ich will jetzt noch diese eine Brücke schaffen. Und zwar... So, so. So. Warum mache ich die jetzt aus Eisen? Das wird niemals klappen. Das wird nie im Leben klappen. Oh Mann. Was mache ich hier eigentlich? So. Ähm. Nie im Leben wird das klappen. So. Jetzt machen wir das wunderschöne Zickzackmuster. Ich will es mal ausprobieren, ob es funktionieren würde. Aber es ist, glaube ich, zu lang, die Brücke hier, um das Zickzackmuster benutzen zu können. Aber wir haben auf jeden Fall genug Stahl. Und die andere Richtung mache ich mit Eisen. Und ich glaube, die Verbindung mache ich mit Kabel. Also die runter auf die Brücke. Mache ich das oben hier alles zu mit wunderschönem Eisen. Ähm. Kabel. Kabel nach unten. Kabel nach unten. Das wird nie funktionieren. Ich sehe es schon. Aber ich will das mal probiert haben, ne? Ich will das mal probiert haben. Okay, da sollte ich vielleicht noch Stahl benutzen. So. Das bricht doch sowieso schon ein. So. Ich bin 23 Jahre jung. So. Mach mal die Stadt wieder. Ähm. Wenn er... Ah. Hält. Hält. Ganz ruhig. Ist nur ein... Ist jetzt nur ein Balken runtergefallen von alleine? Die Autos hält's aus, oder? Busse. Macht mich nicht traurig. Macht mich nicht traurig, ihr Busse. Schön. So. Und jetzt der Zug. So. Wie man bei mir ein Bot werden kann. Äh. Zuerst einmal musst du ein Computer werden. Das ist ganz wichtig, bevor man ein Bot ist. Ah. Ah. Schon wieder der Zug. Ah. Der arme kleine Zug. Du bist so. Ah. Ah. Ja gut. Ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle eine kurze Pause. Ah.